Yay Leute! Weiter geht's! Yay! Und ich bin dran! Warum freue ich mich jetzt auf einmal mehr als du? Ich musste mein Gamepad aufheben. Oh nein! Welche Arbeit! Wie war denn das hier nochmal? Ich brauche einen Yoshi! Kauf dir einen! Oh! Einen Yoshi für das Secret Exit! Kauf dir einen! Ich hol mir gleich einen! Zur Not in der Top Secret Area! Was denn? Aber ich kann gleich wieder ein Bonus-Game kriegen! Yay! Yay! Schaffst du nicht! Du du! Ah, doch das sollte möglich sein! Trö 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 das ist lang! Unweilig! Flügel! Tschüss! Ja, was denn? Noch eine Feder! Yay! Trötest du dir jetzt bei jeder Feder einen ab? Ich tröte mir immer einen ab! Ekelhaft! Ich hab mein Gamepad immer noch nicht! Doch das ist doch jetzt wohl genug Zeit! Ja! Oh fucking hell! Da will ich Yoshi! Da will ich Yoshi! Mhm! Ich wär hier stark von dir verboten! Das ging eigentlich so! Und 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 und! Yay! Bonus-Game! Party! Party! Hattest du eigentlich auch schon mal einen Bonus-Game? Ich hab's schon mal ein Problem! Musst du das jetzt so arschig fragen! Ich frag's! Das fand ich mal eine Absicht, dass... Eeeh! Hey, ein Leben! Wow! Nein, ich hab noch keinen! War ja nur ne Frage! Total arschig! Musst du nicht gleich krummer Hund sagen! So! Ich sag aber Flasche leer! Oh fuck! Ich komm in den Soda-Lake gleich rein! Oh, das wird schön! Ah! Kannst du mir deinen Yoshi geben? Warte, hier draußen kannst du mir ja klauen! Unter Wasserschluss! Ja, nee! Ist klar, Kollege! Die kannst du nicht kaputt machen! Die Fische! Wir waren... Achja! Reznorff-Schloss! Klar! Ich vergaß! Was denn? Du kennst dich jetzt nicht unbedingt! Ja, ich hab Angst, Mensch! Fieder! Ja, hab ich auch grad verloren! Und... Denk dran da, die... komischen Stacheln kommen runter! Ja! Geh! Die kannst du weghauen mit dem Cave! Will ich aber nicht! Genau wie die Dry-Bones... Er schmeißt! Das hab ich vergessen! Ach, weg mich! Ja! Ja, ficken ey! Jetzt nach unten drücken! Ach, lass mich in Ruhe! Jetzt nach unten drücken! Kein Bock mehr! Ich brauch' einen Yoshi! Und ich brauch' Skill! Ich muss jetzt erstmal 6km zurücklaufen für'n Yoshi! Du und du hast Skill! Gibt's denn hier einen Yoshi? Ich hab' nach Sahara, aber kein Skill! Ja, doch! Hast du! Klar! Top-Secure-ed-area! Yay! Das wird voll abused! Wo mir zumindest! Hallo Blume! Die freuen sich immer so, wenn die befreit werden! Das find ich süß! Die Blumen werden ja nicht mehr befreit! Die werden ja nur... ...geunboxt! Ausgepackt! Rausgerubbt! Dann weiß ich was der damit macht! Dann liegt er so... Egal, nee! Du Ekelhafter! So! Secret exit! Hooray! Aber ich sollte... Das sollte ich unterlassen! Willst doch nur wieder sterben! Wieso? Ich bin bis jetzt noch nicht gestorben! Wollte ich nur so erwähnt haben! Hm... Gleich tust du's! Ich hab' mich geschnitten! Moment steht's... Norma Bolzer 35! Super Mario World 0! Cool. Ja! Nein, die Flügel will ich nicht. Obwohl dafür kann ich einen blauen Yoshiirschen. Ist das jetzt ein Motorrad? Wow, das hat beim ersten Mal geklappt. Ich weiß noch, wie ich mich damals angestellt habe in meinem Solo-Durchlauf hier. Das war erbärmlich. Wenigstens hast du es durch. Ich hoffe, man hört das nicht, dass ich mich die ganze Kratze. Ich glaube nicht, das Mikro ist nicht so toll. Ich bin klein! Ja. Ah! Jetzt kannst du unten durch. Ich bin dabei. Ich weiß gar nicht, ich glaube zumindest, dass es eine Abkürzung ist. Ich bin mir jetzt allerdings noch nicht hundertprozentig sicher. Da kommt oben auch einer. Ein Thwump. Da ist ein Pilz drin. Glaube ich zumindest. Ja. Ich sag gar nichts mehr. Hast du aber glaube ich gleich geschafft. Da wirst du rausgekommen. Genau, wenn du den normalen Weg gegangen wirst. Drüb... Oder drunter. Kannst du machen, wie du willst. Weiter rechts. Und da musst du gleich die Tür kommen zu den Reznos. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich will die nicht. Die Reznos sind doch einfach. Eigentlich. Ich will mich. Ich will mal... Sich so anstellen wie ich. Ah, die Schossen trotzdem. Das ist kein Ding. Gut, das kann passieren. Ich... hab... aber deutlich schwierige... Sachen hier vor mir. Soda Lake. Ahoi. Kannst ja nicht so das Spiel alleine machen. Yay. Nein, will ich gar nicht. Gott. Ich mach ja eh nichts. Von daher ist es ja scheißegal halt. Das stimmt doch gar nicht, dass du nichts machst. Ey, wie viele perfekte Level hab ich gemacht? Drei? Vier? Du hast mehr gemacht. Ja, natürlich. Oh, Mann ey. Das Spiel ist doch scheiße. Ich glitsch mich hier unten durch. Das Spiel wurde gemacht, um Menschen zu hassen. Äh... Das Spiel wurde von einem gemacht, der Menschen hasst. Das stimmt nicht. Also da gibt es deutlich beschissenere Spiele. Kann ich da oben dann glitschen? Nee. Fucking hell. Kann ich mich da unten durchglitschen wieder? Na komm, verpiss dich. Chip, chip, chip. Chip, chip, chop, chop, chop. Hopfen wir mal, dass das... Chop, sui! Oh, oh Gott. Fake you. Ja, jetzt bin ich gefickt. Ja. Ich hasse Soda League. Das ist zum kurzen. Ja, ja, ja. Und das, was dir gerade bei den Resoners passiert, das kann jedem passieren. Ja, ja. Das ist so. Ja, komischerweise passiert mir aber alles. Das nervt. Ich krieg' nix hin hier. Das stimmt doch überhaupt nicht. Los. Ja. Ich hab ja auch nicht gedrückt. Nein, überhaupt nicht. Ja, das passiert auch das öfteren. Wenn das Spiel einfach mal meint. Du hast dich gedrückt. Ich hasse Soda-Scheiße. Ah, Fick ey. Komm, vergiss dich. So, versuche ich mich wieder da unten durchzuglitschen. Durchzu-cheaten. Scheißegal. Okay, gut. In dem Fall brauchte ich's nicht wirklich. Gott. Du hast doch eh viel mehr. Also weiß ich gar nicht, was du hast. Ich hasse Torpedo-Tats. Und trotzdem schaffst du das Level. Das war saudumm. Fuck you. Hard into your bloody ass. Was? Ekelhafter. Aber ernsthaft. Ich könnte einen Pilz gebrochen, Freunde, in der Sonne. Durch-cheaten. Oh Gott, ich bin gleich durch. Und schon wieder mal hab ich nix geschafft. Fuck, egal. Du tust echt so, als ob du gar nix dazu beiträgst. Tu ich nicht. Ich tust du wohl. Ich lade es hoch. Mehr auch nicht. Ja, ja, ja. Hu, da war es jetzt aber sehr mutig. Nö, nur extrem gleichgültig. Oder so. Aber lauf doch schneller, Mann. Sonst läufst du wie auf Ecstasy, ey. Nee, das ist Mario, nicht Luigi. Luigi ist der gemütlichere der beiden Brüder. Luigi ist der schwulere, oder was? Ja, das sowieso. Geh runter. Ach, du bist doch eine Fick-Hure. Eine Fick-Hure. Nein. Wow. Geh. Weg von mir. Mann, hoch. Ich will nicht mehr. Bist doch gleich durch. Ich schaff den doch hin. Nee, 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 nee. Ja, die stehen jetzt beide sehr beschissen da. Also ernsthaft. Schwimm mal weiter genau nach links. Hi, Fisch. Tschüss. Gib her. Ich leg mich gleich hin und lass dich spielen. Ach, schau ernst. Nee, ernsthaft. Guck dir die Scheiße doch an. Spiel dir lieber Kai so, ey. Das ist wegen des legitimes Safestates zu setzen, ey. Ja, das ist doch wahr. Wenn ich hier Safestate setze, kann ich auch gleich in Babyland gehen. Babyland? Ja, was auch immer. Gibt's bestimmt. Was ist ein Babyland? Ja, irgendein Mario-Hack, der ein Level nur gerade ausgeben muss. Ein Run ohne Jump. Ja, das ist doch wahr. Ernsthaft? Was soll das? Oh, dann hab ich ihn jetzt gemacht. Egal. Fake you. Maulwurf. Maulwurf? Alter, Spahn. Ich muss mal einen Maulwurf ausschlagen. Willst du das noch ein Level machen? Ja, ich sterbe doch eh gleich. Das kann ich jetzt auch nochmal reinhauen. Doof, ey. Ich bin jetzt zweimal gestorben. Ja, wie oft bin ich gestorben? Vor allen Dingen an den Monty-Moles ist das dämlich. Geh runter. Geh runter. Schneller. Auf zu atmen. Kann es sein, dass du ein bisschen angenervt bist? Nee, wie oft mache ich das Scheiß-Leveling? Los. Los. Kommt her. Ich weiß übrigens gar nicht, wie die Drecks-Viecher heißen. Das vergesse ich immer. Das aber auch, glaube ich. Los. Scheiß, egal. Dreh schneller. Falte. Falte dich? Falte tiefer, würde ich sagen. Gut. Geh weg. So schwer? Boah, dieser Fick bei uns mit seinem Scheiß-Knochen da. Okay. Ich dachte, das wird eng mit dem Fisch und den beiden. Nö, ich hab doch eh wieder. So, jetzt hupe. So. Jetzt noch sieh'n. Ah, nein! Nein! Möchtest du diese Folge geben? Fäckt euch, ich hab keinen Bock mehr. Äh, ja. Ich hab da nichts hinzuzufügen.